Wir begrüßen als nächstes mit der Stadt Nummer 216, Kolima, geritten von Steffen Kraus vom Reizug am Portal Eberdingen. Die Wertnote für die Stadt Nummer 164, 5,3. Die Aufgabe beginnt, AX einreihen dem Arbeitskraft, AX halte, grüß. Im Arbeitstempo anfangen, C, rechte Hand. BX halbe Volte rechts, XE halbe Volte links. A, Fahrradmütertraf, FXH im Mitteltreibweg, die ganze Bahn wechseln, H, Fahrradmütertraf. B, rechts oben, X halten, eine Pferdelänge rückwärts richten, daraus im Mittelschritt anreißen. I, linkerhand. A, kurskädling. K, im Versammeltempo, rechts angarabrieren. A, nach A, aus der Ecke kehren, ohne Galoppwechsel. Oh nein, Krüse. A, einfacher Galoppwechsel. K, im Versammeltempo, rechts angarabrieren. A, weiter. A, einfacher Galoppwechsel. K, H, Mittelgalopp. H, versammelter Galopp. War zu früh. Ja, zu früh. C, versammelter Trab. Aber wenn er es nicht gemacht hätte, hättest du vielleicht die Art angemacht. K, im Mittelschritt durch die ganze Bahn wechseln. Ist dann besser so. Ja, jetzt war es noch. K, versammelter Trab. Auf die Mittellinie abwenden. X, halten, grüßen. Ganz schön. Im Mittelschritt am Leih im Zügel die Bahn verlassen. J, convenient. Jetzt refere Teufall.